So Jonathan, heute dritter Schultag, heute geht es um soziale Kompetenz, du wirst heute ganz alleine einkaufen gehen, hier hast du 2 Franken, damit gehst du jetzt einkaufen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, ja hallo, na Jonathan, komm mal her, was habt ihr da gekauft, na, das versteht ihr unter sozialer Kompetenz.